Okay, ein Hebel. Sucht weiter, Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Hm. Schön, dass ihr da seid. Freut mich. Ich muss eine Hilfe, hat er gesagt, ne? Hm. Fragen ist nur, wo, ne? Ist doch gut. Das guckt doch schon. Wo ist der Scheißhebel jetzt hier? Hm. Mein Hebel. Unblutiger. Schon etwas gefunden? Hm. Sucht weiter, Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Hm. Ist das echt hier irgendwo? Lass das sein! Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Ich seh' hier nix. Es ist... Es ist... Es ist dunkel, was da... Fuck, ich könnte ich klauen. Hier irgendwo ist Hebel. Wie sieht's aus, Unblutiger. Schon etwas gefunden? Wie sieht's aus, Unblutiger. Schon etwas gefunden? Ja, langsam. Ich such das schon. Meine Güte, wir haben keinen Aufstand hier. Scheiße. Scheiße, ey. Sucht weiter, Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Hm. Schalter suche ich. Ein Schalter. Oder ein Hebel. Ohne Tür zu öffnen. Spiel. Wie sieht's aus, Unblutiger. Schon etwas gefunden? Wie sieht's aus, Unblutiger. Schon etwas gefunden? Ja. Kein Schalter. Das ist der Fackel. Alter. Wie sieht's aus, Unblutiger. Schon etwas gefunden? Die Klappe. Und Schütz aufzumachen. Du, weiter, Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Nein, da ist er nicht. Leider nicht. Die Tür ist hier hinten, und hier ist die Tür. Hier muss er... Ja, und da ist ein Schalter muss er sein. Aber hier ist kein Schalter. nicht so. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Wie ist das in dein Zimmer? Ist gut. Vier에다! Stämme! 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 Naja, klar. Die hat ja zugemacht, kann es aufmachen. Antikapfüge haben wir noch nie im Stadte gesehen, das ist geil, also muss wirklich eine Wendung sein. Die Stadte ist im Rost. Sucht weiter, Unblutiger. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Boden, vielleicht gibt es auch Schalter. Boden, es gibt auch Schalter, aber... Wie sieht es aus, Unblutiger? Schon etwas gefunden? Das ist ein Schalter. Ja, ich würde mal mit überlegten. Ja, ja. Aber ich würde ja nicht sagen, das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Das ist schwer. Sie hat sich nicht mehr so aufpassen. Denn das ist eine Kiste. Das ist ein Schalter. Ja. Das ist ein Schalter. auf jeden Fall. Später geht er auf, bis ich da ist. Bitte irgendwo ein Hebel. Da hab ich die Verkehr gerade rausgekommen. Vielleicht da in der Ecke? Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Ding zu öffnen. Und wartet davon. Du hast einen Druckstau um, vielleicht. Ja. Das hat funktioniert. Also gut, Jungs, Bewegung. Wir haben noch mehr. Ruhig Blut. Sie mögen ja hässlich als... Ich hab ein paar Leute, die da sind. Da! Hier! Ach ja. Das hat mich immer vor so etwas gewarnt. Ja. 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 So, wir waren da rein. Es sind noch viele Leute noch da. Schade aber. Da ist ein paar Leute. Ja. Da ist eine Leute. Okay. Aha. die krone muss hier irgendwo sein schwärmt aus und haltet die augen das war schon alles, wirklich? Geh auf eurer Seite! Und, da ist was ich... Projekte? Nein, erstmal... ...sprecher... So, haben wir die auch schonmal? Oh, ne? So... ...züglich nach Windelm. Sagt Ulfic, entschuldet mir ein Met. Wir bleiben hier, vielleicht finden wir ja noch etwas Nützliches. So, pass doch auf! So... ...züglich nach Windelm. So... ...züglich nach Windelm. ...züglich nach Windelm. So, pass doch auf! Ich hau ja gar nicht mehr da rauf Rauf, mein Engel So Hey, was soll denn das? Hmm, 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 hmm Muss ich doch da durch, scheiße Ah, falsch gelaufen Naja, kann passieren Fünf Leute, schön, dass ihr da seid, wenn ihr mögt, schreibt mir einfach eine Nachricht Ich würde mich sehr freuen Wer nachher schreibt Ich hoffe, er schreibt mir dann auch was nicht So, wir wollen hier vor uns Irgendwie möglich Ich 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 Ausgang Gehe ich gerade nur hin So, da ist er durchgegangen Wenn das richtige ist So Haben wir das auch schon Haben wir hier doch was gefunden So So Dann gehen wir hier aus Und dann gehen wir zurück 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 Ach, das ist egal Von daher So 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 Und dann jetzt so auf in die stadt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich glaube, dass er sich ab und zu gerne ein Umbedarf ist. Alles wunderbar, 7, 8 oder 6 oder 12, von mir aus auch noch mehr. Und 5, 3, schönes Alter gewahrt und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis bald, Joey, euer Black Panther 1976. Und wie gesagt, schreibt mir Nachrichten, ich würde mich freuen. Und Ideen, was ich noch machen könnte für Spiele vor allem. Spielevorschlag wäre nicht schlecht, ein paar Spielevorschläge für Xbox und für PC. Weil ich suche gerade Spiele, die ich neu machen kann. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt mal Bescheid und sagt mal, was ihr gerne sehen wollt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr Ideen habt für neue Let's Plays, die es machen könnte. Richtige Let's Plays von vorne bis hinten, wie bei Skyrim jetzt hier. Das dauert zwar sehr lange, bis ich durch bin, aber das ziehe ich durch. Egal. Und ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und bis bald.